Die grüne Phase Die Five Codes sind eine perfekte Regierungstechnik. Die Maßnahme ist sozusagen, die Terror-Bahn-Stufe eine Stufe höher zu setzen. Das wurde meines Wissens, also es wurde vor der letzten US-Wahl durchgesetzt. Und viele Beobachter glauben, ein erhöhtes Angstlevel hätte dazu geführt, dass die Wahl auch dann gewonnen wurde. Hey, wann kommt dein Buch raus? Am 11. September 2006. Du bist zurück. Ein ganz, ganz schöner Beitrag. Vielen Dank. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe. Nicht vergessen, 25. April 2006. Wir feiern 175 Jahre erste liberale Verfassung der Schweiz. Und fragen umstandslos, welche sind die heute notwendigen sozialen Erfindungen. Mit Blogkonferenz. Bringen Sie Notebook mit und Sie haben Wireless LAN Access. Bis bald.